Letzten Mittwoch um 23 Uhr haben wir sie bekommen, eine neue Nintendo Direct. Im heutigen Video rede ich ein bisschen über meine persönlichen Highlights von der Direct. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wir starten. Fangen wir direkt mit meinem absoluten Highlight an und zwar Mario Strikers Battle League Football. Ich habe es einfach richtig prediktet, wir kriegen ein neues Mario Football und das finde ich einfach ultra ultra nice. Es kommt bereits am 10. Juni raus und ja, ich bin echt dezent gehypt auf das Spiel. Es ist halt Fußball, aber ein bisschen abgeändert und dann in Nintendo bzw. im Super Mario Universum und ich bin echt gehypt darauf. Ich habe bisher noch kein Mario Football gespielt und bin deswegen echt gespannt dieses Spiel mal auszuprobieren und die ganze Spielserie mal auszuprobieren. Und freue mich wie gesagt sehr doll auf Mario Strikers Battle League. Es kommt wie gesagt am 10. Juni 2022. Mein nächstes Highlight ist der Mario Kart 8 Deluxe Booster Pass. Das ist ein riesiger DLC mit ganzen 48 neuen bzw. alten Strecken. Es sind geremasterte Strecken aus zum Beispiel Mario Kart Tour oder aus älteren Mario Karts. Aber wir kriegen einfach ganze 48 neue Strecken in Mario Kart 8. So sind wir jetzt bei einer Anzahl von ich glaube 96, was einfach insane viel ist. Und in der ganze DLC mit den 48 neuen Strecken kostet tatsächlich auch nur 25 Euro. Und wir tatsächlich in 6 Wellen verkauft werden. Wir zahlen sozusagen einmal 25 Euro und kriegen dann in 6 Wellen die ganzen Strecken. Eine Welle wird immer 8 Strecken beinhalten und die erste Welle wird auch schon am 18. März kommen. Und dann kommt halt irgendwann die zweite Welle, irgendwann die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste. Und jedes Mal gibt es halt 8 neue Strecken, wenn wir einmal diesen DLC für 25 Euro gekauft haben. Ich schätze, dass bei jeder neuen Direct jetzt eine neue Welle gezeigt wird. Weil tatsächlich der Booster Pass bis Ende 2023 gehen soll. Und deswegen schätze ich, wie gesagt, dass wir jetzt bei jeder Direct eine Welle sehen. Bei dieser haben wir jetzt ja die erste gesehen. Im Sommer dann wahrscheinlich die zweite und im September die dritte. Und nächstes Jahr genau nochmal so Februar, Sommer und dann September. Und ich schätze, dass wir, wie gesagt, jetzt in jeder Direct eine Welle sehen werden. Und dann bis Ende 2023 ungefähr alle vier Monate 8 neue Strecken bekommen. Was ich einfach ultra cool finde. Was auch wieder ein bisschen Langzeitmotivation für Mario Kart gibt. Ich freue mich, wie gesagt, auf den DLC und auf die insgesamt 48 Strecken. Als nächstes haben wir noch weitere Trailer zu Kirby and the Forgotten Land und Splatoon 3 bekommen. Und ja, ich fange jetzt mal mit Kirby and the Forgotten Land an. Dort haben wir, wie gesagt, einen neuen Trailer gesehen. Und da auch erfahren, dass Kirby jetzt auch Gegenstände, ich sag jetzt mal, kapern kann. Der saugt die auf und dann ist er diese Gegenstände. Ich zeige euch hier zum Beispiel jetzt einmal, das blende ich euch jetzt ein, wie Kirby zum Beispiel ein Auto ja aufsaugt und damit diesen fahren kann. Finde ich auf jeden Fall auch ein richtig nices Feature. Und das Spiel kommt, wie bereits auch, ja, schon gesagt oder schon angekündigt von Nintendo. Am 15.03.2022 dauert also echt nicht mehr lange. Zu Splatoon 3 haben wir ebenfalls einen neuen Trailer bekommen und zwar zum Salmon One. Das wird ein neuer Modus in Splatoon 3 und ich freue mich auch echt auf Splatoon 3, muss ich sagen. Dieses Spiel wird im Sommer 2022 erscheinen. Es ist noch nicht genau bekannt, wann es erscheint. Ich rechne mit Juli oder August, weil wir im Juni ja schon Mario Strykers Battle League bekommen. Und deswegen rechne ich, wie gesagt, mit Juli oder August. Alle Xenoblade Chronicles Fans werden sich auch mega freuen, denn in der Direct wurde es nun endlich angekündigt, Xenoblade Chronicles 3. Ich kannte diese Spielereihe noch nicht so, also ich habe noch kein Spiel von denen gespielt. Möchte die Serie aber auch mal mit dem dritten Teil austesten. Und dieses kommt bereits im September. Was ich sonst auch cool fand, war einmal Nintendo Switch Sports, welches am 29.04. rauskommt und Assassin's Creed für den Nintendo Switch, welches am 17.02. also schon diese Woche rauskommen wird. Ob ich es mir nur auf YouTube angucken werde oder auch kaufen werde, das muss ich mal gucken. Ich fand es aber auf jeden Fall cool. Ich würde diese Direct eine 7,5 oder eine 8 von 10 geben. Sie war an sich schon echt, echt nice. Das Einzige, was ich halt ein bisschen schade fand, ist, dass überhaupt nicht zu Zelda kam. Sonst war sie aber wirklich super cool. Und ja, deswegen, ich würde eher eine 7,5 oder eine 8 von 10 geben. Schreibt gerne in die Comments, wie gut ihr die Direct fandet. Und wenn ihr jetzt noch Lust auf weitere Videos habt, dann checkt mal dieses Video hier ab. Hier zeige ich euch, wie ihr keinen Fallschaden mehr in Zelda Breath of the Wild bekommt. Aktiviert sonst auch gerne die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Wir sehen uns, bis dann und ciao. Ciao.